Es hat mir gut gefallen. Es war unterhaltsam und die Kollegen, die ich schon kenne, mit denen hatte ich besonders viel Vergnügen natürlich, weil ich mir die anders angucke. Die Idee mit der Schülerin, die ihren alten Lehrer liebt, hat mir sehr gut gefallen. Also sehr, sehr hübsche Idee. Ich denke, das Publikum wird viel Spaß haben. Das kann ein Renner werden.